Musik Musik Für Luther, gerechtigkeit in den deutschen Landen und Städten. Für Gott, Dios nur Wollt. Musik Haltet ein, haltet ein, Ritter. Was tut ihr da? Mit dem Schwert im Gottesdienst? Ach was, wenn es gegen die Papisten geht, immer feste drauf. Kämpft den guten Kampf des Glaubens, sagt doch schon der Apostel Paulus im ersten Brief an Timotheus. Also kämpft für den guten rechten Glauben, liebe Ritter. Prediger Kuschel, auch ihr so kämpferisch. Wir wollen hier Gottesdienst feiern. Aber doch keinen Papisten Gottesdienst, bitteschön. Wenn schon, dann lutherisch, Meister Göbel. Der gute Kampf des Glaubens um die richtige Auslegung desselben. Was soll denn daran ein guter Kampf sein? Wenn Menschen sich mit dem Schwert bekriegen, Prediger Kuschel, noch dazu hier, auf diesem heiligen Boden? Aber es geht doch immerhin um unser aller Seelenheil. Müssen wir da nicht mit allen Mitteln darum kämpfen? Doch nicht mit dem Schwert, sondern mit dem Wort. Und das muss ausgerechnet ich euch sagen. Ich euch als Lutheraner. Ihr seid doch immer die, die so auf das Wort bedacht sind. Und da habt ihr natürlich recht, Meister Göbel. Lasst uns doch mal die Ritter fragen, wofür sie mit ihrem Leben einstehen. Was für sie ein guter Kampf ist. Was die Werte sind, für die sie stehen. Werte, für die die Ritterschaft steht, sind Treue, sind Ehre. Und an der Stelle sei gesagt, damals wie heute kann es keinen Krieg geben, der jemals heilig ist. Bravo. 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 … Musik Musik Musik